Ja, ja, der Lago Maggiore, da würde ich gerne noch mal hinfahren. Papa, ich denke, du willst sterben. Ja, vielleicht will er mir ja vorher noch ein bisschen weh holen. Äh, kann man da anrufen und sagen, er fühlt sich heute nicht so, er will lieber morgen sterben oder nächste Woche? Ich bin das mit der Schweiz, hab ich wirklich vorgehabt. Aber dann hat sich die Francesca plötzlich bei mir gemeldet. Nach so langer Zeit. Ich war noch nie in Italien. Ja, wir waren auch immer nur Lüneburger Heide. Ich wollte eine Stunde weiter südlich nach Olivernum, zum Grab meines Vaters. Ist das eine Kirche oder ein Puff? Jetzt ist es nicht mehr weit. Wo jetzt? Jetzt eine Rechtssache. Ernesto Carletti, le dice qualcosa? Saat Name Ernesto Carletti etwas zu ihr? Si. Suo Marito? Ihr Mann? No. Suo Padre? Ihr Vater? Oh. You're crazy. Because of the love I recognize you. Normal German woman, you. Ja, from Berlin. Hauptstadt normal. Die ersten drei, vier Jahrzehnte sprichst du über Männer und danach über Krankheit. Du hast die Kinder dazwischen vergessen. Tatsächlich. Ich habe Morphium in meiner Winder geschmuggelt. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wir schaffen das schon. Ich habe Morphium in meiner Winder geschmagt gearbeitet. Ich habe Morphium in meiner Winder geschmagt hatte. Vielen Dank.